Wir sind die Triolins. Und das ist unser neues Album Secret Places. 13 Titel, 13 Komponisten, 13 verwunschene Geschichten, die darauf warten, von euch entdeckt zu werden. 14 Titel, 13 Komponisten, 13 verwunschene Geschichten, die darauf warten, von euch entdeckt zu werden. Musik ist eine universelle Sprache. Man muss sie nicht erklären. Man kann sie einfach fühlen und sich von ihr mitnehmen lassen. An geheime Orte. Orte in unserer Fantasie, in unseren Träumen und Erinnerungen. Secret Places ist eine hypnotische Reise in das eigene Ich. Ein musikalisches Bilderbuch, das euch in die Tiefen eurer Vorstellungskraft entführt. Auf unseren Konzertreisen entdecken wir immer wieder geheime Plätze. Unbewohnbar oder schon lange verlassen. Sie faszinieren uns durch ihr Aussehen und ihre Atmosphäre. Diese Eindrücke lassen wir in unsere Musik einfließen. . Musik 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 Als Musiker wollten wir schon immer Geschichten erzählen, aber wir sind Interpreten, keine Komponisten. Deshalb kamen wir auf die Idee, einen Kompositionswettbewerb zu gründen und Komponisten auf der ganzen Welt aufzufordern, Musik und damit Geschichten für uns zu schreiben. Dann ist etwas Magisches passiert. Über 500 Komponisten aus 50 Nationen haben an den drei Wettbewerben, die wir bisher durchgeführt haben, mitgemacht. Sie hatten unsere Idee verstanden und Musik geschrieben, die die Strömung unserer Zeit einfängt, die uns berührt und mitnimmt in eigene Welten. Musik, die uns mitnimmt an geheime Orte. Secret Places. Auf diesem Album hört ihr die neuesten Preisträgerwerke von 2015. Dann völlig auf deinem墨ade Orte. Musik, die Sie verstanden haben. Musik Musik